Vor uns die Wüste, um uns der Wohlstand, hinter uns Jahre vertaner Zeit und fehlender Taten Jahre des Zögerns markante, die Fakten und waren nicht bereit Aber jetzt können wir nicht mehr warten Und damit, hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video Und heute dachte ich, ich mache einfach wieder einen Vlog, aber nicht irgendeinen Vlog Denn vor ca. 10 Monaten habe ich schon mal einen sehr ähnlichen Vlog wie diesen hier gemacht Nämlich wo ich einfach zu einer Fridays for Future Demo gefahren bin Und gezeigt habe, was da so abgeht, wie das da so aussieht Und weil jetzt die Demo, zu der ich jetzt gehe, das einjährige Jubiläum ist Habe ich es einfach als passend erachtet, jetzt quasi auch noch ein Jubiläumsvideo zu machen In dem ich einfach nochmal euch erzähle, was sich schon verändert hat und was sich auch noch verändert haben muss Und ja, viel Spaß euch Okay, also ich höre auf jeden Fall schon was Hier ist die Demo und da gehen wir jetzt hin Hier stehen wir wie die Maus vor dem Mähdrescher und haben aus, dass es uns überrollt Die Maschine ist gierig nach Wachstum, keiner lenkt, keiner hat so eine Welt Ich habe vor Ort bei der Klimakonferenz erlebt, dass die Klimakrise überhaupt nicht angekommen ist Wir haben keine Wahl, rufen die Mäuse und graben sich ein Wenn sie rauskommen ist alles staubig und kahl Der Planet kann uns alle ernähren und er darf niemandem gehören Denn Geld kann nicht alles, aber mit Geld kann man alles zerstören Ja, nein, dann kann man all diese sehen Und dann kann man nicht zuhltzen sehen Oder ein Typ zuhltzen sehen Oder ein Typ quo ist der Face Oder ein Typ wie eine Graf 온غärische Ist zwar unvergütter von nur einer cœLeihe Dass der Labour zukommt, decir, dass der average zuld Das sieht wunderschön aus, hörst du wie die Welt sich dreht, hörst du wie sie untergeht, und du weißt es ist viel zu spät und so kann es nicht weitergehen, hörst du diese Klänge, heb deine Hände, wir laufen gegen den gleicheren Fortschritt, muss nicht immer vorwärts sein, diese Welt, sie gehört nicht uns allein, wir sollten eins sein, gemein, wir haben uns der Helm, du wollen uns verbleiben sein, hörst du diese Zeilen, und verstehst was sie meinen, versuch dich zu und du weißt, was gut und was böse ist, und du weißt, dass du mit Schuld bist, an allem was scheiß ist, und du weißt, du kannst nichts ändern, weil du ganz alleine bist, und wenn, dann was sollte man bitte ändern, es gibt viel zu viel, zu viel Druckheit, wir ziehen keinen Ansatz, der ernsthaft Wirkung verspricht, wir hoffen, dass unser uns nicht alles zusammenbringt, aber daran glaubst du leider wehmerlich Und so spazierst du interactive deserved, das ist viel zu spät und so spazierst du Hilfe wieder Hörst du diese Klänge? Amazon! Frohe der Katerne! Frohe der Katerne! Frohe der Katerne! Hörst du diese Klänge? Ich wollte euch jetzt einfach mal von meiner ersten Demo, ersten Fridays for Future Demo berichten. Und das war nämlich im Januar, ich glaube am 29, weiß ich aber nicht mehr so genau. Und genau, also wir, das ging halt quasi so, dass Sören mir dann halt erzählt hat, so ja. Also, vor ein paar Wochen bin ich auf eine Aktion, beziehungsweise auf eine Organisation namens Fridays for Future gestoßen. Und ich hatte echt keine Ahnung noch so was das war, natürlich. Und genau, da hat er mir so ein bisschen davon erzählt. Und ehrlich gesagt, erstmal fand ich es ziemlich komisch, irgendwie so dieses Konzern. Und dann hat er mich irgendwann doch überzeugen können, an einem Streik quasi teilzuhaben. Daraufhin sind wir da halt hingegangen, aber wir sind da halt nicht alleine hingegangen, sondern... Und übrigens gab es zwei Tage vorher in der WhatsApp-Gruppe eine Weiterleitung von einer Presseanfrage. Und dann kam ein Anruf von RBB und da war eine Frau am Telefon, die sagte, dass sie für die Abendschau bei RBB arbeiten würde und dass sie gerne einen Beitrag machen würden. Und dann sind Sören und ich gemeinsam halt zur Demo gegangen und wurden dann eben von diesem Kamerateam begleitet. Wirklich aus allen möglichen Perspektiven, haben alle möglichen Fragen gestellt und einfach so das alles so ein bisschen irgendwie so tausendmal gemacht, damit sie ganz viele Auswahlmöglichkeiten haben. Und ja, das war auf jeden Fall richtig cool und auch die Demo, das war einfach mega krass. Da waren wir glaube ich 10.000 und das hat mir auf jeden Fall schon gezeigt, wie viele wir eigentlich sind und wie viel auch diese Bewegung halt ausrichten kann. Und das ist mir in den letzten zwölf Monaten auf jeden Fall auch aufgefallen, wie viel wir schon ausgerichtet haben. Wir haben, das sind natürlich nicht nur wir, das sind noch ganz viele andere Proteste und auch der Klimawandel wird ja auch immer realer. Aber trotzdem haben wir einen großen Teil dazu beigetragen, dass zum Beispiel in der europäischen Wahl die Grünen in Deutschland ganz viele Stimmen dazugewonnen haben. Die Umfragen für die nächste Bundestagswahl sind auch klimafreundliche Parteien ganz weit oben auf jeden Fall. Und ja, auch in der Bevölkerung hat sich so ein viel größerer Konsens entwickelt, dass man das Klima schützen sollte und das finde ich einfach ganz, ganz toll irgendwie. Die Regierung macht leider immer noch nicht so viel, die große Koalition macht einfach keine gute Klimapolitik. Dieses kleine Klimapaket, das die uns da gegeben haben, das ist gar nichts und das kann einfach nicht den Klimawandel, nicht die Klimakrise quasi aufhalten. Und deswegen gehen wir auch noch nach einem Jahr weiter protestieren und wir werden nicht leise werden, wir werden nicht verstummen. Und irgendwann wird uns die Politik hoffentlich erhören und dann spätestens bei den nächsten Wahlen werden wir dann hoffentlich erfolgreich sein. Und ja, ich wollte einfach mal so meine Gedanken, meine Erinnerungen an diese Bewegung mit euch teilen und ja, weiter zur Demo. Diese Musik im Dorf wird sich ja weiter imittel des Innernform und darf sich jederzeit am Versuch uns laut lassen muss, ne. Und jetzt kann es sich noch einmal in blast… Derferogerest wird jaник, insgesamt Baumann und darf sich ¡Ja! Ich bin doch mal in ihrtroend, aber ist das! Also hat sich jederzeit ausgelöst! Derfervorher unser 담el ist. Werden wir cosechen bis jetzt noch einmal zu cores und kl Patienten Ihre情況 cykeln, Werden machen unsere Höhen der Natur wird dir ebenfalls oh! Wie lange streikst du schon? Streiken glaube ich seit Februar, mehr oder weniger regelmäßig. Und warum findest du es wichtig hier zu sein? Weil es um unsere Zukunft geht. Und ich glaube ich kann jetzt nichts sagen, was nicht schon gesagt wurde. Aber weil ich mit Klimawandel das jetzt schon seit Ewigkeiten mitbekomme, aber jetzt auch bemerke, dass es wirklich aktiv irgendwas dagegen, beziehungsweise in den Köpfen der Menschen drin ist. Und genau das muss es halt sein. Dass es halt wirklich alle Menschen auch mitkommen, wie groß die Gefahr tatsächlich ist. Das hier ist übrigens Sören Z. Und er möchte bei meinem Blog mitmachen. Ich wurde gezwungen. Hallo, ich bin Sören. Ich bin seit der allerersten Demo bei Fridays for Future dabei. Es war voll der coole Tag hier. Ich habe ganz viele Fotos und Videos gemacht für unsere Social Media Kanäle, also die von Fridays for Future und so. Und ja, es war voll krass, weil wir einfach so seit einem Jahr jetzt so streiken. By the way, es ist voll kalt, deswegen wacke ich so. Weil wir einfach so seit einem Jahr schon streiken so. Und Luisa hat das ganz gut gesagt. Wir haben so extrem viel bewirkt, aber wir haben nichts bewirkt. Das hat sie irgendwie so ähnlich gesagt. Also wir sind irgendwie so voll groß geworden. Ich meine, wir hatten so allein hier in Berlin vor ein paar Wochen einfach so 270 fucking tausend Leute auf der Straße, auf den Straßen so. Und gleichzeitig ist es so, dass so die Regierung sich so denkt, 270.000 Leute sind schon irgendwie wenig. Wir müssen jetzt wirklich irgendwie nichts machen. Und das triggert schon enorm. Und ja, das wollte ich mal gesagt haben. Ich bin Onno. Ich bin jetzt ungefähr seit Anfang des Jahres bei Fridays for Future dabei. Also bin... Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Ja, äh, also meine... Happy Birthday to you! Danke schön! Happy Birthday to you! Gleich, gleich bin ich fertig. Und jetzt haben wir noch eine Vente vierte heute schon. Ich hab einen großen Applaus für die Provinscu! Okay, schnell! Äh, also, ja, ungefähr seit Anfang des Jahres bei Fridays for Future dabei und so aktiv engagiert auch in den Plenums habe ich mich jetzt... Keine Ahnung, wie, was... Äh, Anfang des Schuljahres. Äh, so drei Monate oder sowas jetzt. Ähm, und warum ich dabei bin, ja, viele Gründe. Ähm, erstens, es regt mich einfach so auf. Es ist, ich finde es so hart schlimm, dass die Leute, wir sind hier auch gerade vor dem Reichstag, da drin sitzen, über irgendwelche wirtschaftlichen Sachen reden und dass wir unsere fucking Arbeitsplätze nicht verlieren können. Aber dabei irgendwie hier, äh, in anderen Ländern irgendwie alles kaputt geht nur wegen scheiß Klimawandel und die juckt es einfach gar nicht. Das regt mich so hart auf. Jaaaaaa, das war dein Lachen. Jaaaaaa. All das hier, das ist eine lebendige Demokratie und die gestalten wir jeden Tag. Dankeschön. Wir blicken auf ein Jahr zurück, was die Gesellschaft transformiert hat, aber die Politik nicht. Es ist krass, dass wir hier sind. Es ist krass, dass wir hier schon standen. Und wir werden noch weitermachen. Wir werden uns nicht unterdrücken lassen, sondern wir werden hier widerstehen. Meinetwegen auch in einem Jahr, aber dann mit Tausenden. Dank Gott. Die Demo ist hiermit ganz offiziell beendet. Kommt gut nach Hause. Tschüss. 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 Vielen Dank.